Darth Vader kommt in Fortnite und ich kaufe von meinem Fortnite-Trainer Darth Vader für 99 Euro. Bleibt unbedingt dran! Okay Freunde, es ist offiziell. Darth Vader wird in Fortnite erscheinen und das noch diese Season. Das hat Shiva bestätigt und sie ist bekannt dafür für richtig korrekte Leaks. Und es ist auch bestätigt, dass Darth Vader nächste Season als Boss erscheinen wird. Und heute habe ich dann einfach gesehen, wie mein Fortnite-Trainer Teuer einfach Darth Vader Training angeboten hat. Und das gehe ich direkt mal auf den Grund. Ey Fortnite-Trainer, warum bietest du jetzt Darth Vader Training an? Ähm, weil ich Darth Vader bin. Wie? Du kannst doch gar nicht Darth Vader sein. Wie ist das möglich? Ich zeige es dir gleich. Warte ab. Okay, als erstes landen wir dort unten auf dem Zeppelin. Okay, dann landen wir jetzt hier. Gibt es hier vielleicht auch irgendwo die Jetpacks? Die sind ja jetzt neu im Spiel, ne? Ja. Oh, ich sehe da einen Jetpack. Ja, ich habe ihn auch gefunden. Oh mein Gott, aber hier sind viele Gegner. Wir müssen aufpassen. Nein, was laberst du da? Ich habe den Jetpack erfunden. Wie? Du kannst doch gar nicht der Erfinder von irgendeinem Gegenstand im Spiel sein. Bist du verrückt? Doch, bin ich. Ja, äh, oder? Äh, was? Und jetzt zeige ich dir meinen Darth Vader. Schau ihn dir an. Warte. Schau mal, ich bin Darth Vader. Und ich habe sogar sein Lichtschwert. Was? Und dafür habe ich jetzt 99 Euro bezahlt? Ja, weil das ist doppelt und dreifach und fünffach teurer. Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Nein. Ich will mein Geld zurück. Auf der Stelle. Nein. Du, du weißt ja noch gar nicht, wie, wie cool Darth Vader eigentlich ist. Okay, dann warte jetzt ganz kurz ab. Ich zeige dir jetzt mal auch was. Okay. Okay, Freunde, wir werden ihn jetzt einmal ganz kurz pranken. Ich bin gespannt, ob er drauf reinfällt. Wow. Hilf mir. Wir müssen warten, bis er hier unten ist. Ah. Wow. Das lief nicht so gut. Okay, Fortnite-Trainer, siehst du gerade, wie ich den Darth Vader spiele? Ich gehe ihn längs. Oh, mein Gott. Ah. Ah. Oh, mein Gott. Ey, ich habe einfach den Gegenstand aktiviert und bin zu Darth Vader geworden. Oh, mein Gott. Das schaut ja richtig und ich mega-doppelt und dreifach cool aus. Besser als meiner. Und weißt du, was ich noch gesehen habe? Den Fortnite-Darth-Vader-Boss. Oh, mein Gott. Ich habe mich inzwischen zurückverwandelt. Aber, ey, siehst du das, was rechts neben mir ist? Siehst du jetzt, was bei mir auf der rechten Seite ist? Oh, mein Gott. Das ist ja der Bus. Ah. Ich habe Angst. Weg hier. Oh, mein Gott. Aber, aber, aber warte mal. Wie, wieso twirkt der denn? Ja, das ist, er twirkt, weil er, er will dir, glaube ich, gefallen. Er mag dich. Iiiiih. Du, nicht noch weiter. Hast du Geld dafür bezahlt? Äh, ja, nein. Er ist jetzt im Spiel drin. Aber, äh, genieß doch einfach die Schau, wie er dich antwirkt. Ah. Hilfe weg hier. Ich habe Angst. Hatte sich weg an. Ja, aber, du, du, du bearsch mich doch die ganze Zeit. Das gibt's doch gar nicht. Äh, ja, okay. Warte. Ich habe dich geprankt. Ich habe dich geprankt. Ah. Wieso machst du sowas? Das macht dann 50 Euro. Der Herr. Oh, hast du mich erschrocken? Äh, 50 Euro mehr? So viel habe ich gar nicht. Aber, warte, das gibt's da. Ah. Du hast mir den abgeknöpft. Das war meiner. Nein. Du lügst. Ich will mein Geld zurück. Nein. Und du kriegst bestimmt keine 50 Euro mehr von mir. Doch. Du, du, du hast hier für drei Enden nicht bezahlt. Und dann machst du verarscht und mich noch. Dann kriege ich auch kein Geld. Und dann, dann lügst du noch mit dem Gegner. Also, hallo? Wo sind wir denn hier? Nimm hier diese drei Jetpacks. Die, die, die werden bestimmt als Wiedergutmachung sein. Nein. Die sind von mich. So, du hast ja jetzt ein Jetpack. Jetzt können wir es mal versuchen mit der Skybase. Weißt du, wir werden von diesen Zeppelinen ausschaffen, eine Skybase zu bauen? Lass uns es mal austesten. Komm mit. Ich, ich glaube schon. Aber nur, wenn du nicht wieder da irgendwas kaputt machst. Ich werde gar nichts kaputt machen. Das war ich letztens gar nicht. So, wie viele Metz hast du denn? Hm, ein bisschen. Ein bisschen? Das kann ja zwischen eins und eine Million sein. Ja. Dann, dann traut mir eine Million. So viel habe ich nicht. Ich kann nicht zaubern. Okay, wir sind voll hoch. Oh nein. Hast du etwa Angst? Ein bisschen. Ich habe aber nur noch 200 Metz. Oh, oh. Wir können nicht höher aufpassen. Wir sind so weit weg noch. Ey, 50 Euro oder ich lasse dich runterfallen. Äh, aber ich habe kein Geld. Das ist nicht mein Problem. Drei. Was? Zwei. Nein, bitte nicht. Fortnite Trainer. Nein. Nein, nein. Fortnite Trainer. Oh, oh. Ich kann fliegen. Ich habe ja vergessen. Ich habe Jetpack. Was ist das denn? Hallo? Stell gleich. Ah, wer schießt mich ab. Hilfe. Da ist einer. Der schießt mich ab. Ah, du hast mich runtergezaubert. Hilfe. Warte, warte. Ich fliege runter. Oh, was ist das? Mit dem Jetpack weg da. Oh, mein Gott. Ich habe nur noch einen Schuss übrig. Nein. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ein sehr großes Problem. Nein, ein kleines. Ganz klein. Oh, mein Gott. Hier sind die beiden. Wow. Da hast du mich erschrocken. Stell gleich hin. Da kommt ein Aufpassen. Hilf mir. Hilf mich. Nimm das. Okay. Wir sind hier gerade im Gebüsch. Und, oh, mein Gott. Wir müssen die holen. Ja, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Da rechts. Mäde, mäde, mäde. Okay. Ah. Ich komme. Nicht gut. Hör ihn. Oh, mein Gott. Bei mir sind noch mehr. Wir müssen die einfach holen. Wir müssen es wirklich... Bei mir. Hilfe. Wo bist denn du? Hier. Da unten. Ja, ich sehe die. Oh, mein Gott. Irgendeine Rakete ist auf mich gestürzt. Bombe. Bei mir. Oh, mein Gott. Was machst du jetzt hier? Hier. Ich komme. Ich komme. Ah, das bist du. Ich dachte, das ist der Gegner. Fortnite-Trainer. Müsstest du nicht durch Erfahrung schon inzwischen? Ey. Was machst du? Der Gegner ist... Ah. Nein. Hilf mir. Hilf mir. Oh, mein Gott. Du bist von jeder Seite eingeschossen. Was soll ich denn jetzt machen? Hilf mir doch. Du kriegst dein Geld wieder. Hilf mir sofort. Kann ich nicht aufheben? Rann weg. Rann um dein Leben. Sprinte. Ich bin da aufheben. Komm, steh. Na, zu die Macht. Hey. Ja, hast du Leben oder so? Oh, nein. Okay, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Darth Vader ist einfach gestorben. Ey, ich habe so wenig Leben. Oh, mein Gott. Fortnite-Trainer. Da ich noch am Leben bin und du ja anscheinend nicht, kannst du mir ja Intensiv-Training geben. So, was soll ich machen? Was muss ich machen, um diese Runde irgendwie noch zu gewinnen? Ähm, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Wie? Natürlich soll das möglich sein. Ähm, nur weil du nicht am Leben bist? Du, du, du musst weg. Ah! Du, du, du hast mich falsch beraten. Hättest du gesagt, was ich machen soll, hätte ich wahrscheinlich noch gewonnen. Du kriegst trotzdem dein Geld nicht mehr. Edgy, bitch. Und ich habe dich geprackt mit dem Darth Vader. Edgy, bitch. Nein. Edgy, bitch. Okay, das kriegst du noch zurück. Freunde, und falls euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like, ein Abo da und create a good day next. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Day next. Haut rein.